Was geht ab? Hier ist F.A.R.D. Ich hab was kleines für euch vorbereitet. Äh, Fame und 19 Zoll heißt das Ding. Ist auch einer der Bonus-Tracks. Ich geb euch mal das Ding so, pass auf. Wer hätte das gedacht? Rap für die Charts jetzt. Fick Giselle Bündchen und drück ihren Arsch weg. Kreischende Groupies, Fanfahrt seinem Partweb. Greifen zum Zippy, als wäre es ein Glas Sekt. Rot an Teppisch und Scratch-Limousinen. Trag ne Waffe im Schritt, so wie Lexiken-Stil. Bitches mit Fame, so wie Jessica Biel. Wollen tanzen mit uns, weil wir besser verdienen. Besser verdienen als Alexander McQueen. Ich weiß, dir fällt schwer, keine Fresse zu ziehen. Denn ich roll auf deiner Party im Armani-Dress. Mit einer reichen Bitch im Arm, so wie Kanye West. Yeah. Was ist los mit euch? Jahrelang wurden Jungs wie ich bloß enttäuscht. Und plötzlich mit dem Fame ist jeder nett zu dir. Alles cool, doch erwarte kein Respekt vor mir. Scheiß drauf, wen du kennst, wen du fickst, wie du heißt. Fick deinen Shampoos, trink Whisky auf Eis. Backstage Groupies und weißer Staub. Rap-Superstar, morgen wirst du eingetauscht. Yeah. Was geht ab, Leute? Hier ist F8. Warte mal, Bruder. Kick doch noch ein Part. Was für ein Part? Das war doch voll kurz, Digga. Mach noch einen. Acapella? Acapella, Mann. Einfach so. Acapella, okay. Rap für die Brüder mit Haftschaden im Kopf. Sie verbreiten Angst wie Alfred zum Hitchcock. Die Rolex am Arm, doch für dich keine Zeit. Und nennt Stafford mit Beißkraft wie der weiße Hai. Rap für die Fans, die mich pushen und lieben. Der Rest hat sich leider für Pussys entschieden. Für Pussys, die tanzen, wenn Fofis hier fliegen. Trotz all des Fames, ihr seid nothin geblieben. Rap für die Ladies, die Werte vermitteln. Auf Instagram siehst du nur Asche und Titten. Rap für die Jungs, die das wissen und schätzen. Anstatt nachts im Club mit den Bitches zu glänzen. Die Nase voll Schnee im Starbucks-Café. Mit Latte Macchiato machst Party, ole. Doch vergisst nicht. Selbst Kennedy starb trotz Bodycats in einem Cabriolet. Abo, ma, je. Was gedacht, Leute. Darf ich jetzt endlich reden? Reden, Bruder. Was gedacht, Leute. Hier ist F.A.R.D. Ich hab euch ein bisschen wieder mal was zu hören gegeben, um die Augen gehauen. Ich wollte euch ganz kurz sagen, am Sonntag um 18 Uhr ist Videopremiere von Optimus Prime. In dem Video wird es richtig zur Sache gehen. Sehr geile Effekte. Chao Cassado am Set. Geile Regie geführt. Geile Idee umgesetzt. Eine kleine Überraschung ist im Video auch noch zu sehen. Vielleicht kriegt ihr mehr zu hören als nur Optimus Prime, Sonntag 18 Uhr. Und für alle, die es unbedingt, unbedingt wissen wollten, der V-Verkauf für die normale Edition hat es auch begonnen. Ihr bekommt die ganz normale Version von der CD und eine Version, die in kleiner Auflage da ist, wo alle Bonustracks erhältlich sind. Ich packe euch die Links wie immer, überall des Videos. Bleibt sexy, bleibt euch treu. Wir sehen uns am Sonntag um 18 Uhr. Gönnt euch BFHFA, euer F.Nazizi. Peace. BFHFA, euer F.Nazizi. Klopfen